Hallo, heute werde ich über das TCL 65P739 Fernseher berichten. Ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den richtigen Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 65 Zoll. Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbdiffer von 10-Bit, 8-Bit plus FRC und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50-60 Hertz. Verbesserter Kontrastfarben und Details Der neueste Standard für 4K UHD-Inhalte ist High Dynamic Range. Er erweitert sowohl den Kontrast- als auch den Farbbereich erheblich. HDR reproduziert präzise helle und dunkle Farbtöne mit präzisen Farben und schillernden Bilddetails. Der TCL P73-Serie 4K HDR-Fernseher ist mit Dolby Vision ausgestattet, um hellere und dunklere Farbtöne zu erleben, wobei alle feinen Details erhalten bleiben. Breites Farbspektrum – die Farben des Kinos Entdecken Sie die unglaubliche Vielfalt an intensiven und ultrarealistischen Farben des digitalen Kinos in Ihrem Wohnzimmer, dank des breiten Farbraums, der 30% reinere und sattere Farben als herkömmliche LED-Bildschirme wiedergibt. Ruckelfreies Bild und verbesserte Bewegung Bei schnelllebigen Aktionen wollen Sie kein Detail verpassen. Der firmeneigene Softwarealgorithmus von MEMC TCL leistet ganze Arbeit, wenn Sie sich Sport oder rasante Sendungen oder Filme ansehen. Er reduziert die Unschärfe der Bewegungsdarstellung und sorgt dafür, dass Bewegungsspuren auf ein Minimum reduziert werden. Ihr Seherlebnis wird immer kristallklar sein, egal ob die Quelle 50 Hz oder 60 Hz hat. Beeindruckendes HDR, unabhängig von der Quelle Es gibt viele Möglichkeiten, die beste 4K-HDR-Bildqualität auf dem Fernseher zu erhalten. HDR10, HDR-HLG, HDR Dolby Vision. Dieser TCL-Fernseher unterstützt Sie alle. Stellen Sie sicher, dass Sie die maximale Kapazität Ihres 4K-HDR-Fernsehers voll ausschaffen können. Egal ob Sie Dolby Vision-Inhalte auf Netflix, Disney+, oder HDR10-Inhalte auf Amazon Prime Video genießen. Dieser 4K-HDR-TCL-Fernseher, wird immer das beste Format unterstützen. Ihr optimiertes Spielerlebnis Für Gamer ist ein reaktionsschneller Fernseher genauso wichtig wie ein Fernseher mit einem guten Bild. HDMI 2.1 gewährleistet die Kompatibilität mit den neuesten Spielkonsolengenerationen und ermöglicht Funktionen wie ALLM Auto Low Latency Mode. ALLM ermöglicht es der Videospielkonsole oder der PC-Grafikkarte, den Fernseher automatisch in den Spielmodus zu schalten, um eine super schnelle TV-Eingabeverzögerung von unter 15 Millisekunden zu erreichen. Die Farbe des Fernsehers ist ein gebürstetes Silber. Er wiegt 19,5 kg und hat die folgenden Abmessungen. 144,6 cm in der Breite, 82,6 cm in der Höhe und 4,5 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300x300 VISA-Halterung. Das Fernsehgeräte hat eine Energieeffizienzklasse von F. Es ist außerdem ROS-zertifiziert. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 126 kWh pro 1000 Stunden. Hochwertiges und elegantes rahmenloses Design. Kein Rahmen auf der Vorderseite für einen größeren Bildschirm und mehr Bilder, die Sie lieben. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. Einmal USB 2.0, einmal USB 3.0, einmal Ethernet RJ45, zweimal HDMI 2.0, 4 zu 2 zu 2, einmal Satellite-In, F-Type, einmal AV-Composite-In, 3,5 mm Jack, einmal Optical Audio Out, einmal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenna, RF-Female, einmal CL-Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN, Wi-Fi 802.1 AC, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.1. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über E-Arc an den Fernseher angeschlossen werden. Um sie herum fließt ein lebendiger, bewegter Klang. Klang hat noch nie so gut geklungen. Spüren Sie eine tiefere Verbindung zu den Geschichten und der Musik, die Sie lieben, mit einem Klang, der sich mit atemberaubendem Realismus um sie herum bewegt. Dolby Atmos fängt die Bewegung jedes Objekts realistisch ein und bietet 360 Grad Surround-Sound. Zusammen mit der Dolby Vision Bildqualität entsteht ein wahrhaft kinoreifes Erlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Google TV gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedenen Anwendungen und Streaming-Dienste. Unterhaltung, die Sie lieben. Mit ein wenig Hilfe von Google. Google TV vereint Filme, Sendungen, TV und mehr aus all Ihren Apps und Aboments und organisiert sie für Sie. Alexa lässt Ihre Stimme Ihre Welt steuern. Amazon Alexa lebt in der Cloud und wird immer intelligenter. Bitten Sie Alexa Musik abzuspielen, die Nachrichten zu hören, das Wetter abzufragen, die Lautstärke des Fernsehs einzustellen, den Fernsehkanal zu wechseln, Ihr Smart Home zu steuern und vieles mehr. Der Test für das TCL 65P 739 Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder!